Nur eine Laune der Natur Da liegt was viel mehr in der Tiefe Vielleicht ein Leberschaden Was bist du denn jetzt? Die Frage ist nur, was schränken wir ein Und was lassen wir zu? Wie funktioniert denn das so? Geht denn das so im Bett dann? Es ist für uns ekelerregend Ich habe mich sehr unruhe gefühlt in dem Moment Das ist nicht deine Schuld Du bist nur krank Findest du die Hosen nicht so eng für einen Jungen? Habe ich noch nie drüber nachgedacht Noch nie? Nein Ich finde, da gibt es überhaupt kein Problem mit Was bist du denn jetzt? Wie funktioniert denn das so? Geht denn das so im Bett dann? Habe ich noch nie drüber nachgedacht Noch nie? Nein Das ist nicht deine Schuld Du bist nur krank Da liegt was viel mehr in der Tiefe Vielleicht ein Leberschaden Man kann nicht gegen die Liebe der Menschen sein Oder? Ich bin mir dann da